Sie haben wahnsinnige Kleider an, aber darf ich Sie ganz kurz bitten, sich einmal umzudrehen? Ja, natürlich. Ich trage heute Abend Thomas Rath. Das ist irre, dieses Kleid von hinten. Dankeschön. Meine Güte. Und das sind die Trendfarben, immer schön knallig. Doch die Schuhe passen dazu. Ja, Tasche, Schuhe, sogar der Pashminas von Thomas Rath. Ich wollte einfach ein bisschen in den Winter ein wenig Farbe, ein wenig Sommer bringen. Bereit zum Tanzen heute Abend? Aber natürlich, mein Kleid wird trocken. Sehr gut, viel Spaß dabei. Danke.